Hallo Leute, herzlich willkommen und mein Ton ist aus. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns das Midsommarfest an. Yay. Was ist das? Fischteich. Ist irgendwer drin? Da schläft jemand drin. Nice. Ah, wir haben uns das noch gar nicht wirklich angeschaut. Was gibt's denn hier so? Hier gibt's ne Quest. Hier ist wieder diese typische Tanzfläche, die jederzeit da ist. Hier. Ist ein Zelt. Und hier sind Shops. Yay. Die Sachen sind nicht gerade das Schönste. Aber... Ertragbar. Das Kleid sieht irgendwie nach Hochzeit aus. Wie machen wir diesen Fischteich? Kann man da irgendwie irgendwas irgendwo machen? Ah, da kann man wahrscheinlich nichts machen. Und jetzt schauen wir erstmal, wie es sich so auf der Tanzfläche tanzt und musiziert. Anscheinend hört man da gar nichts. So viel gibt's ja hier ja gar nichts zu machen. Na ja, dann würde ich erstmal die Quests machen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das hier fertig ist. Ja. Ich bin jetzt wieder an dieser Stelle. Ich hoffe, es wird auch in Japan, wenn es ein bisschen tot ist. schwaap na wien bis zum bis zum bis zum